Ich bin Martina Pfeiffer vom TV Rehlingen im Saarland. Sie ist eine Nachwuchsgymnastin, 15 Jahre. Dieser Wettkampf hier in Karlsruhe ist so eine Art Bewährungsprobe für Sie. Die Bundesrepublik Deutschland, der Deutsche Turnerbund, dürfte als Gastgeber nicht nur zwei Teilnehmerinnen melden, sondern vier. Wieder eine gute Möglichkeit, sich hier den Kampfrichterinnen und den Fachfrauen aus aller Welt zu zeigen. Martina Pfeiffer vom TV Rehlingen. Ihre Übung mit dem Band, ihre bisherigen Noten mit Seil, Reifen und Ball, jeweils neun Punkte. Mal sehen, ob Sie eine ähnliche Leistung auch mit Ihrem letzten Handgerät zustande bringen. Applaus Musik 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 Musik